Bhagavad-Gita, Vers 2.10 O Nachfahre Bharatas, Dhritarashtra! Daraufhin lächelte Krishna und sprach in der Mitte beider Armeen zu dem niedergeschlagenen Arjuna folgende Worte. Erklärung Das Gespräch wurde zwischen engen Freunden geführt, zwischen Rijikesha und Gurdakesha. Als Freunde befanden sie sich beide auf der gleichen Ebene, doch einer wurde freiwillig der Schüler des anderen. Krishna lächelte, weil sich ein Freund entschlossen hatte, ein Schüler zu werden. Als Herr über alles und Meister eines jeden befindet er sich immer in der höheren Position und dennoch akzeptiert der Herr jemanden, der ein Freund, ein Sohn, ein Geliebter oder ein Gottgeweihter sein will oder ihn selbst in einer solchen Rolle sehen möchte. Als er daher als Meister akzeptiert wurde, nahm er sofort diese Rolle an und sprach zu Arjuna wie ein Meister zu seinem Schüler mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit. Das Gespräch zwischen dem Meister und dem Schüler wurde öffentlich in Anwesenheit beider Armeen geführt, sodass alle ihren Nutzen daraus ziehen konnten. Daher sind die Gespräche der Bhagavad-Gita nicht für einen besonderen Menschen, eine besondere Gesellschaft oder eine besondere Gemeinschaft, sondern für alle bestimmt. Und Freunde wie auch Feinde haben gleichermaßen das Recht, sie zu hören. Und dann haben wir die Gespräche der Pfle und 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 der Pfle.